Wie funktionieren Geldzauber? Wir hatten Money Spells, haben verschiedene Auswirkungen, aber in der Regel wirst du jetzt nicht Geld auf der Straße finden. Wenn mir das auch schon passiert ist. Aber du weißt, was ich meine. Bekommst du dadurch ein neues Jobangebot, wo du besser verdienst oder bekommst eine Rückzahl vom Finanzamt oder jemand, der dir Geld schuldig ist, gibt es dir endlich zurück. All das sind Möglichkeiten, wie sich Money Spells auswirken können.